Die guten alten Tage, wo sie mich aus der Map geschossen haben nach 24 Minuten. Deswegen wird es jetzt auf eine leichtere Schwierigkeit gezockt und werde ich gerade in der Tal, Gebirgstation. Was auch immer auf die Nase bekommen habe, unter Fresse. Wir haben die Mega-Snapper dabei. Ich werde gleich zu Tode gerusht. Dann machen wir mal Schaden mit der Schrottflinte. Hoffentlich sind mehr Schaden, als was ich gerade austeile. Das wird ja wieder ein krasser Start hier. Was haben wir hier hinten? Ich mag das Scharfschutz-Gewehr. Vollautomatisches Scharfschutz-Gewehr. Wo ist die Muni? Ich hinko Muni. Da ist sie. Da wird er wieder gerusht. Ja, Clusterfuck trifft's gut. Brenne ich? Nein. Machen wir mal den Dome. Und schießen wir mal die Dippen zu nieder. Zu nieder. Zur Strecke. Da ist noch einer. Dann haben wir da einen Feuer-Typen. Äh, einen D-Typen. Ich werde hier niedergesnipet. Uh, das ist Schaden. Und Granatenregen für ihn. Ja. Das war's. Guter Push. Netter Versuch. Aus Berlin haben wir als nächstes. Den Typen. Ah, der trifft sogar her. Oh, er hat mich erwischt. Wollte kurz schauen, ob er wieder mal zu mir rüber trifft. Ha. Netter Versuch. Uff. Ich denke, ich würde schon früher sterben sollen. Ab. Leider kommen. Ich würde noch mal fokussieren. Schulterwechsel hilft. Der Charge. Komplett aus Müll. Und dort bist du. Und dort bist du. Metter Versuch. So. Dann gehen wir mal zuerst. Zu den Scharfschützen reinhupfen. Bevor meine Stimme ganz abbricht. Da braucht es euch nicht hinterm Panzer verstecken. Nur hinterm Panzer verrecken. Ha. Was haben wir? Kein Ziel haben wir. Ja. Da kommen sie schon. Und die Granatenregen von meiner Shotgun wird euch vernichten wieder. Kein Problem. Hinter mir auch wieder ein paar. Auch mal Shotgunregen. Und Granatenregen. Oh. Sogar ein bisschen was angerichtet. Oh. Scharfschutz und Gewehr gefällt mir. Da wird es auch selbst, wenn es nicht mehr levelstark genug ist. Die Shotgun hingegen. Die wird wahrscheinlich nie ersetzt. Ich glaube ich renne nochmal. Ich mache mal ein Granatenregen wieder. Für die ganzen Bosse reinkommen. Ach. Er hat ihn runtergeschopft. Oh je. Das war es mit der Muni. Das wird wieder ein Rückzug dann. Während der blutet und brennt. Ja. Ich habe deine Felder gesehen. Aber es trifft mich trotzdem. Ah. Doppel Muni. Ei. Na Gott sei Dank gibt es Doppel Muni. Wenn er mir bei der einen Muni schon den Weg abschneidet. Okay. Drauf rushen. Den gleich mal weg machen. Den nächsten gleich mal weg machen. Fuck. Oh Snapper. Ich glaube ich hätte nicht rein rushen sollen. Ah. Er fliegt noch immer um. Wow. Rolling. 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 Oh nicht sterben. Oh je. Ja. Eine Stufe höher und ich wäre schon weg gewesen. Puh. Die Map ist trotzdem noch zart. Da war Magie. Oh ist ein Dreierpack. Der Freeway ist auf dem Weg. Der Flotte Dreier. Okay. Und Ränder. Keine Angst. Machen wir nichts. Außer. Er hat mir auf die Fresse gegeben. Warum lebt er noch. Ah jetzt da. Pfff. 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 vernichten. Und hoffentlich die letzte hier auch. Kopf raus. Ist ja gar kein Scharfschütze. Wo sind die Scharfschützen? Da hinten wieder. Puh. Keine Chance. Wieder hinter dem Panzer. Sag mir, dass die Artillerie jetzt kommt. Das sind viele Bosse. Schaut gerade nichts aus. Ja, warum nicht noch eine Runde? Die Map da hat ja nicht lang genug. Ah. Überall schießen sie mir die Feuerbomben hin. Da war ich ja gar nicht drin. Da war ich ja weit weg. Granatenregen. Okay. Wo sind die Bosse? Da. Einmal klein mal drauf. Da. Uah. Scharfschützen. Gewehrwit regeln. Gut. So, der nächste Bosse im Anmarsch. Shotgun aus der Hüfte in der Deckung. Auch nicht schlecht. Da rein wieder. Nice. Uuh. Bitte dich... Bitte mich diesmal nicht aus der Map kicken. Artillery. Bitte. Kommt. Machen wir einen Artillery Strike. Oh, wirklich? Keiner? Wie viele Wellen gibt's denn da? Kommt mir gerade ein bisschen zu viel vor. Okay. 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 Der hat noch einmal auf mich achten können und einen Artillery Strike schicken. Da schon. Irgendwie kommt da auch wer. Das einzige was nicht kommt ist der Artillery Strike. Die Shotgun wird richten. Den nächsten Gegner haben wir vernichten. Habit wird vernichten. Das sieht schon. Ich bereite mich schon auf den speziellen Deutschrap vor. Hm. 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 Oh, das dauert zu lange. Dann gehen wir halt noch mal einen Muni holen. Und stimmen wir für das Scharfschützen hinterm Panzer. War kein Scharfschützer. Dann bist du dran. Reingehabt. Artillery Strike bitte. Komm schon. Hm. Was den nicht lang braucht da. Oh. Oh, schön rot. Welchen Thumbnail. Das ist ja dramatisch. Ich weiß nicht, wo man sich genau so hingedreht hat. Aber wird schon passen. Ich mache gleich viel Scharfschützer. Ich mache gleich viel Schaden wie hier. Ich werde jetzt hier gleich gerusht. Da kann ich mich dann hier gleich wieder zurückdrehen. Auch in der Zwischenzeit. Oh, sie sind ja schon vor mir. Oh, Feuer. Brenz. Ich weiß. Das tut es manchmal. Oh, ich werde gleich mal alles exportieren. Rückzug. Wie viel wollte es mir nicht noch schicken? Ich sehe hier nichts mehr aus der Explosion. Ist das ein Boss? Ist das ein Boss? Dr. Freeze wieder hier. Wow. Okay. Toll. Oh, alle Bossy-Commons. Schauen wir mal, dass wir Dr. Freeze gleich mal wegmachen. Mr. Freeze. Lerne nicht. Ach, Shotgun-Money leer. Jetzt kann ich ganz zurücklaufen. Uah. So, ich muss noch mal ein bisschen headklitschen. Ei, 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 ei. Ah. Ah, ich habe noch 13 Schuss. Kommt, Nase hoch. Nase hoch, wird man dich loben. So irgendwie in die Richtung war das. Shotgun-Money? Nein. Wir rennen ganz zurück. Dann mit voller Muni und Motivation und Hoffnung und den restlichen Dreck wieder zurück in den Dreck. Dreck ist der Kampf hier. der anscheinend nicht denken will. Und vorweg schon, Junge. Oh, nice. Genau wie es, genau so wollte ich es haben. Schönes Timing. Schönes Timing. Ah, schau, es kommen ja noch mehr. Wie schön. Uuh. Den großen wegmachen. Ich werde in diesem Fall fast weggemacht werden. War wieder eine Zeit da, wo ich mir Zeit konzentrieren muss. Du, nein. Kopfhörig. Kopfhörig. Schaut jetzt hier schon gut aus. Ah, hallo. Mal wieder die Gegner, die wegrennen. Da gibt es aber kein Wegrennen, da ja. Ich habe ziemlich viel in Cooldown-Sachen gesteckt. Ich weiß, dass ich noch ein bisschen was ins Leben stecken muss, weil ich selbst bei Stufen, zwei Stufen weniger ordentlich auf die Nuss bekomme. Ja, aber Cooldowns sind doch mal schnell. Uff, so. Uff, so. Endpost-Zone. Ne, glaube ich nicht mal. Ich heile mich gleichzeit. Doch nicht. Doch nicht. Bloß nicht verrecken. Du, schon wieder. Du, schon wieder. Der kommt genau, wenn ich... Uff. Was für ein fieser Headshot. Der frisst Schaden. Das ist gut. Und Post machen wir auch gleich Schaden. Schießen den Helden runter. Okay, nächster. Das war ein gutes Magazin von Spezial Muni. Komm, wieder Verstärkung. Ja. Ich erignete mich viel aus, die Typen. Die Granaten machen ein bisschen extra. weiter. So, mal die Fähigkeiten aufladen und dann da rein stimmen. Yep. Und Action. Nein, die Action ist sowieso nonstop. Okay. Oh, Muni. Lass mich rein. Uff. Jetzt bloß nicht aus der Map geschossen werden. Oh, Loch. Du. Was nehmen wir nicht das Thumbnail? Dann werde ich gleich gestrikt. Gebannt. Oh, das ist das Thumbnail vielleicht. So wie das sie dir. Oh, komm schon. Wirklich. Das ist nicht so ausgegangen, wie ich es wollte. Oh. Oh. Wo sind die kleinen Gegner? Ach, komm schon. Deine kleinen Gegner diesmal. Einen Captain werde ich wohl down kriegen. Nein. Nein, kriege ich nicht. Whoa. Whoa, 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 whoa. Puh. Geht's. Das wird nix. Komm, schau uns. Nein. Das wird nix. Und das. Boah, kann ich hinkommen? Wie? Das, glaube ich, ist wieder alles geklitscht. Ah, jetzt kommen die kleinen erst. Okay. Sehr schön zu wissen. Ich, welche, nur kreisen gerade aus. Dann muss ich mal gleich zur Sicherheit. Komm, ein Captain Down. Nein, kein Captain Down. Automatisch zählwildmoloch. Oh, je. Oh, je. Ein Captain Down, ein Captain Down. Nein, nix, nix da. Tss. Ich glaube, die Mission brauche ich gar nicht auf einer kleinen Schwierigkeit probieren. Da hat es mich wieder aus der Web geschossen. Eindeutig. Da ist ein Captain vor mir. Ein Monarch ist definitiv vor mir. Oh. 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 Die Zone ist auf jeden Fall zu schwierig. Ich habe, glaube ich, noch nicht mal einen Moloch angekratzt. Nicht weglaufen. Ah, da sind sie sich auch. Sind sie sich auch alle wieder. Ja. Oh, yes. Das ist schon ein halber Sieg. Den Captain werden wir nicht pushen können. Mal doch können wir pushen. Uh. Oh. 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 Weg da. Oh. Schott können wir nicht auffüllen. Uff. Ei, ei, ei. Kann man wieder nicht pushen. Boah, die Captains. Oh, ja. Uh. Uff. Ich. Oh, wirklich? Nee. Jetzt echt. Unterstützung. Mach ihn einfach down. Oh, Moloch ist auch da. Was haben wir hier? Noch so einen Typen. Komm, Granatenschaden. Naja, teleportiert sich doch. Au. Au. Ich glaube, für ihn wäre am besten das Stummgewehr gewesen. Da ist sicher noch eine Runde von Leuten, die für ihn kommen werden. Nein. Keine Runde inzwischen. Also mitten im Spiel war er leichter damals. Jetzt aber großer Schaden. Und ich glaube, ich glaube, ich glaube, das haben wir gewonnen. Ich sage nicht, dass ich nicht aus der Map fliege. Jetzt soll es nicht verschreien. Oh, gib mir meine Fähigkeiten. Under the dome. Weg mit ihm. Und die Kanaten fliegen. Da setze ich sie close up. Oh, pew, pew. Oh, ey. Oh. 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 Oh, Scordoness. Was ist das? Come to Daddy. Eine Schrotflinte? Und ich spiele Schrotflinten? Wie kann's das sein? Wir schauen uns zuerst nochmal die Schrotflinte an, wenn das ladet. Meine erste Goldwaffe, die getroppt worden wurde, wurde, ist. Ist worden. Kommt, Deutsch ist schwierig. Meine erste Schrotflinte? Look at that. Naja. Vom Schießen, ja. Fühlt sie sich schon mal nicht so gut an. Was haben wir hier? Okay, das ist schon mal gut. Ich glaube, die Perpetuum-Mobile werde ich vielleicht austauschen. Das erste. Sehr gut. Und ja, danke fürs Zuschauen. Ansonsten, tschüss. Ich bin jetzt hier. äk